Also meine Marke BioVita Foods darf grünen Technologien so heißen. Wir arbeiten nur mit Bioprodukten und deswegen arbeite ich schon seit 16 und 17 Jahren mit Biomasse und Not. Die größten Sporen sind bei Biomasse geblieben. Die haben wir umgehört und dann bin ich zum Schluss gekommen. Die neue Markkiste, die sie verfolgen sollen. Die ETA ist absolut wartungsarm. Ein großer Vorteil ist die Applikation auf dem Handy. Außerdem kann ich alles gleich durchführen wie auf dem Display und die Pufferwärtspeicher sind groß genug. Und jetzt passen wir ganz genauer, dass wenn wir ein Ruf ausfallen sollten, dass die zwei Rüfte trotzdem kraft genug haben, wie alle drei Häuser zu überreden. Und das muss ich ehrlich sagen, KFD-Unlobe. Lauter seiner Ruhe. Wunderbar. Top. Vielen Dank.